Hallo ihr Lieben, nächster Trailer 18.12.2019 im Hauptfilm seht ihr ein paar Produkte, ein paar Artikel, die ihr dann unter den Weihnachtsbaum der Klimahüpfer legen könnt und ihnen damit möglicherweise das Weihnachtsfest ziemlich versaut. Zu sehen bei VK Bitschut, die es bei Regnus TV anschauen. Tja, die müssen natürlich wieder darauf achten, dass da keine Leerstelle in dem Link sich befindet, den ihr dann in die Browserzeile kopiert habt. Also, wer es schauen möchte, ist ein kurzes Video garantiert. Und ja, also die Devise, wir ärgern Klimahüpfer.